heute willkommen zu einer Folge von Let's Play God of War Ragnarök wir sind beim letzten mal hier stehen geblieben ja also wir müssen jetzt eine Kurbel drehen dann zu einer Dame ich habe absolut keinen Plan wir werden es wahrscheinlich jetzt gleich herausfinden Byway ist ziemlich spät also eine der spätesten Aufnahmen die ich jemals gemacht habe ist gerade nach 10 Uhr und so spät nehme ich eigentlich gar nicht mehr auf aber heute ist eine Ausnahme und wir machen das jetzt einfach und bevor wir jetzt nochmal das machen muss ich euch noch was sagen das God of War Let's Play ist echt sehr sehr anstrengend und es dauert auch sehr lange aber ich dachte mir wenn das God of War Let's Play vorbei ist weil es wird irgendwann vorbei sein dass es ein neues Let's Play geben wird also es steht nicht zu 100% fest aber es könnte ein neues Let's Play danach geben wir werden sehen vielleicht auch vielleicht werde ich auch nicht mehr fertig und beginn mit dem neuen wer weiß wir werden sehen und was zur Hölle ist das jetzt eine Meldingfrau ich äh ich äh ich äh 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 oh ja jetzt ich habe ich Bock jetzt bekomme ich eine neue Waffe gell oh ja da hab ich jetzt richtig viel Lust okay oh oh geil Sie brauchen die letzte Zutat, das Blut eines Gottes, ich will deine Hand. Oh, 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 oh. Jetzt bin ich echt gespannt auf die Waffe. Boah, das ist krass. Gefällt mir schon mal richtig, vom Aufsehen. Bitte. Es wäre eine Ehre, wenn du es segnen könntest. Bist du... Hallo? Hallo? Was war das denn? Sie hat mich überhaupt nicht beachtet. Mehr Jungfrauen sprechen nicht mit unserem Kack, sondern mit einem Teil der Seele. Speziell einen Teil, der wir treten. Oh, shit. Also, der Kopf ist klug. Scheiße! Verdammt, Sindri, du verlobne Attenhinter. Ich wusste es, ich war tot. Ich bin gestorben. Was willst du von mir? Rappenhinter, Leute. Ja, tja, die mit dem Segen hat sich gerade in den Seetan verpisst. Er braucht den Segen eines großen Schmiedes. Was? Nein, nein. Ich kann nicht segnen. Ich hab nicht alle Seelenteile. Ich... Der Segen wäre nichts wert. Es kommt auf die Natur einer Sache an. Nicht auf die Form. Na gut. Möge diese Waffe ihr Ziel treppen. Möge sie weise geführt werden. Möge sie nach getaner Arbeit niedergelegt werden. Tja. Die probiere ich jetzt gleich mal. Ah, jawohl, da hab ich... Ja, da hab ich ein paar Tests versuchten. Oh, yo! Was ist das denn? Ach, das explodiert! Junge! Boah! Die Waffe ist echt geisteskrank. Hallo! BAM! 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 So! Droppen hier gewert unbegrenzte Speere werfen sie sich schnell mit L2 und R1. 10. 1! BAM! các du ich winden an ich 8 8 aber auch es wird nichts gebraucht ach jetzt können wir klettern 7 minuten für den pass ist schon vorbei und wir machen heute 15 minuten sonst ist es ziemlich kurz gewesen er hat recht ich muss ganz ehrlich sagen neben der achs ist der speer die geilste waffe bislang also ich habe ihn gerade mal getestet oh snap wer bist denn du hier magersüchtiger wichser ich muss ganz ehrlich sagen die kaosklingen sind auch cool aber ich feiere die nicht so sehr da finde ich die achs viel geiler als die kaosklingen muss ich sagen die kaosklingen sind in Ordnung aber ach so warte mal wo ist denn das Nest ach da oben jawohl hab ich ah da noch eins jawohl das schalte ich auch aus hoppala boom hallo ach so steckt keiner mehr zack noch eins wo ist denn das letzte bro kannst du mir verraten wo das letzte im Nest ist ich sehe das nicht ach da ja jetzt habe ichs so ach das ist das frei gemacht ob ich verstehe okay so servus alles klar 500 Meter und ich glaube dann sind wir aus dieser Welt raus oh ja ist es Zeit denn je weiter man sich von Erlebnissen entfernt desto größer werden sie in der Erinnerung das ist Blödsinn jetzt wo ich sagen oh verdammt boah wie ging das nochmal ahja man kann sich einfach ach ich verstehe so da hast du vielleicht recht ähm ich ach so ich kann nicht weiter ich verstehe grad nicht was die von mir wollen hm wenn du hier rauslegst hör zu wirf ein Schmier in dieses Lieder ein ah oh ja jetzt ist der sehr stabil und jetzt kann ich er war geimpft und wenn etwas ist das ist das ist ich 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 Vielleicht mit mir. Nein, kommt mit diesem Armleuchter. Vielleicht schatten diese Armleuchter. Wow. Okay, hallo, du süßes Ding. Ziemlich groß auch. Boom. Bringt nichts. Danke. Wir brauchen eine andere Waffe. Die ist so stark, aber es bringt gerade nichts. Also gegen ihn zumindest. Noch einer? Leute, das schaffe ich ja niemals hier. Oh ja, die sind weg. Shit. Okay, Leute, ich... So, Leute. Ich brauch mal ein bisschen. Okay, jetzt kommt der Rage. Können die runterfallen? Nee, ne? Die nicht. Ja. Jawohl. Boom. Und stirb. Ja. Ich mach' ein Cut, bis ich alle besiege. Obwohl, nee, mach' ich doch nicht. Obwohl, doch mach' ich, ja. So. Und bam. Und bam. Und bam. Und bam. Und zack. So, da haben wir noch einen. Das war geil. Okay. Das war für mich genug Aufregung für heute. Sammel du die Beute ein. Ich werd' mich da drüben niederlassen. Mach' das mal. Müssen wir hier weiter? Ja. Sollen wir braucht deine Ausrüstung verbessern lassen, bevor wir gehen? Ich schau' mal. Äh, ja. Ich schau' mal kurz. Ich mach' mal das hier. Das sieht echt geil aus. Und ich glaub' ist auch gar nicht so schlecht. Äh, ja. Wir ziehen's dann... Wir ziehen's dann beim nächsten Mal an. Leute, das war's mit dem Video. Wir ziehen's dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.